So Leute, ich sitze im Büro Ich kann mich nicht einbrauchen Ich bin Anis Binus von Tunisia Ich komme hier in Dubai aus 2008 Ich habe zwei Kinder Ich bin sehr glücklich hier in Dubai Und jetzt arbeiten wir sehr hart Wir arbeiten für die Binus Classic Das ist eine neue Unternehmen Das ist eine neue Unternehmen Wir machen es Unsere Wunschung ist Wir haben eine größere Ebene Hier in Dubai Wir wollen etwas wie eine Klosse mit den FIBO Inshallah Okay, vielleicht dauern ein bisschen Zeit Aber wir beginnen So, dieses Jahr wird das Die Ebene In der Anfang Wir haben etwa 12-15 Athleten Das ist wie Kai Kai Green Phil Heath Dexter Jackson Es gibt viele Thor Ich glaube, es sind 15 Jahre 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 Das ist Und Das ist Binus Classic dieses Jahr wird ein anderes Ja Alles ist VVIP Und C5 Sie geben Container für free Container C5 für free Binus Sie geben 1000 Brotein Das ist Nein Dr. Nutrition Wawa Sie geben 20.000 Sample Sample So Okay Ich verstehe Warum Sie lieben Bodybuilding? Wir lieben Bodybuilding Die erste wir sagen wie ich will sehen und der zweite für das Unternehmen Wir lieben Bodybuilding Wir haben Success nach der Die Menschen die Arbeit Das ist wie der Beine Beine ist Das ist Wir lieben Wir lieben alles Wir lieben alles Wir lieben Wir lieben Es geht Es geht Wir lieben Wir lieben zwei Restaurants Wir öffnen Wafi Mool und Wir lieben Outlet Mool Wir lieben Ihre Restaurants außerhalb der Gym In Mool Wir lieben Wir lieben Wir lieben Wir lieben Wir lieben Es ist großartig Das Mool ist die beste Location Und Outlet Mool Wir lieben Wir lieben Rastoren Wir lieben Wir lieben Wir lieben Bodybuilding Das lange Wir lieben 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 Wie alt warst du beim ersten Bodybuilding Show? 21 Ich glaube 21 Ja In Libyen Wauw Wann Du hast du trainiert? Ich glaube 1999 wie so 1999 1999 25 Jahre vor Ja Wann hast du den Gym ? Ich habe den ersten Gym ich glaube 2009 war ein kleiner Gym und hier ungefähr fünf Jahre war Es war eine andere Gym oder? Es war sehr klein Wir fingen aus von dort und wir haben vier vier und dann wir hier hier wollen es mehr größer haben natürlich wir haben einen Plan wir einen Pool und Boxen und diese für bodybuilding okay nur kurz für euch wenn ihr das Binus Gym noch nicht kennt das hier ist so groß wie das größte Fitnessstudio mal zehn ungefähr ein Raum hier sind ungefähr drei Fitnessstudios in Deutschland und wir haben hier sechs Räume glaube ich also 6000 Schritte Wie viele Maschinen haben Sie hier? Nein, wir nicht mehr nicht mehr und das Problem ist wir können nicht mehr denn es ist wie jedes Jahr wir haben fünf, zehn, 15 Maschinen hier also im nächsten Jahr kommen wir zwei Kontainer Das ist typisch Binus Du trainst am Freitag am Freitag du kommst am Freitag alles verändert neue Maschinen neue Fläume alles was was 20 Jahre ago das ist Drei ist 2008 so ich arbeite im Gym in Sharjah mit 3,000 Dollar und ich habe das wie das ist das ist das ist ein Drei das ich alles ist so die ich Ich bin der beste Hammer in der UIE. Meine Hammer ist wie die erste Auto. Jetzt haben wir es in meine Storz, wie eine Decoration. Das ist mein Traum hier. Danke, Gott. Wir bekommen Hammer, Rolls Royce, Lamborghini. Wir haben jetzt viele Autos. Und der größte Traum ist... Manchmal ist es... Die meisten von ihnen ist der größte Traum. So, wenn ich die Hammer habe, dann ist es die Leute, die zu bekommen. Wenn ich die kleine Geräte habe, dann ist es so... Aber wenn man etwas bekommt, dann ist es so... Mehr. Ja. Es ist großartig. Es ist großartig. Dann ist mein Traum, zu bekommen eine andere Garage hier. Dann ist es so... Wir sind Glück. Es ist so... Danke, Gott. Das ist so... Der Mann, sein Geschäft ist nicht gut. So, ich close es. Und dann habe ich es. Und dann... Der Mann, das ist auch der gleiche. Wenn Corona hat, dann hat er Probleme, dann hat er es. Ich verstehe. Wir machen es jetzt. Jetzt ist es größer. Und dann... Wir träumen. Die träume nicht mehr. Einige Leute, die sie aufhören. Wenn sie träumen, und nicht die träumen, sie aufhören. Aber wenn du etwas träumen, dann ist es... Du fühlst es, wie es kein Weg zu bekommen. Und Gott gibt es. So... Next! 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 So... Ich habe ein paar Jahre, nicht vorhin, aber... Ich habe das Video, fünf Jahre, über die Kompetition. Ich habe eine kleine Kompetition. So... Last! Jahr, wir haben eine Kompetition hier, auf dem Gym. Bino's Classic. So... A lot of Leute, die versuchen, zu stoppen die Kompetition. Und dann, wir machen andere Dinge. So... für die nächsten Jahre, wir haben drei Kompetitionen. Bino's Classic, erst. Sorry. Und dann, Dubai, Masal Beach. Und... Ich erinnere mich. Ja. Und dann, Knight of Champion. Bino's Knight of Champion und Abu Dhabi. Es gibt auch die Expo. Daher. So, jetzt haben wir drei Kompetitionen. Aber das ist neu, oder? Ja. Masal Beach, schon bekommen. Und Bino's, jetzt in September. Und andere, wir machen es im nächsten Jahr. Ich möchte wissen, mehr über Bino's. Was ist deine Vision? Was kommt weiter? Was kommt weiter? Was kommt weiter? Was kommt weiter über Bino's? 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 In Dubai. So, wir fühlen es. Top 3 Bodybuilders? Of all time. Für mich Top 3 Ronny, Phil Big Rami Rami? The big guys. Big Rami ist mein Bruder So, wir müssen da sein. Natürlich. Natürlich. Wir kennen Phil, Ronny. Die meisten sind meine Freunde. Aber wir sprechen über etwas Großes. Ronny Coman Big Rami. Wir sprechen über etwas wie Phil Heath. Es ist ein 3D muscle. Ja. Ich denke, wir sehen ihn nach 3-4 Tagen. Er wird hier. Great. Okay. Gib mir 3 Tipps für mein Zukunft. Für euch, der Zukunft. Für euch, der Zukunft. Für euch, was ich sehe? Wenn Chris Baumstern nicht da ist, ich denke, dass du kannst das Spiel gewinnen. Du kannst sein, Herr Olympian. Für euch, die ich sehe, wie du jetzt sahst, musst du nur glauben. Wenn nicht dieses Jahr, wenn nicht nächstes Jahr, wenn nicht nächstes Jahr, dann das Jahr später. Believe mir, du kannst es. Für mich, du bist mein Bruder. Wenn du hier in Dubai brauchst, wir unterstützen. Wir sind glücklich, dass du hier in Dubai bist. Vielen Dank. Es hilft viel, besonders für professionelle Athlete. Ja. Es hilft viel, besonders für professionelle Athlete. Es hilft einfach die Arbeit. Ja. Und es gibt Menschen wie du. Es ist wirklich, wirklich gut. Ja. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Last question. Remember, 10-jähriger Annes. Ja. Was würdest du ihm sagen? Jetzt. Du bist, als Businessman, Gym-Owner, wie du fühlst, wenn du 10-jährig warst? In Tunisien. Ja. Was würdest du ihm sagen? Ich bin 10-jährig. Ich bin 10-jährig. Ich bin 10-jährig. Ich bin 10-jährig. Ich bin sehr gut mit dem Geschäft. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Mein Vater, er bringt ein paar Sachen. Und wir starten zu verkaufen. Daher bin ich 10-jährig. Und ich mache Geld. Wenn ich 12-jährig. Ich bin in Libia. Ich bin in der Zeit. 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 Es ist hart. Natürlich. Aber ich habe nie zu denken, dass ich hier sein werde. Es ist niemals. Es ist wie ... Es ist wie ... Es ist wie ... Es ist wie ... Manchmal träumen. Aber wenn ich immer noch nicht, Wenn ich zum Beispiel ... 10 Jahre ... Es ist wie ... Es ist wie ... Ich bin nicht träumen, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sehen, mit euch zu sehen, es ist nicht möglich, die meisten der Athleten, wir sehen sie nur im Magazin oder im Video, aber jetzt ist es, danke Gott, wir sehen uns alle, wie es Mr. Ulambia ist, wir sind Freunde mit allen, danke Gott. Also, du sagst little Anis, du werst hart und glaubst in Gott, es wird gut sein. Anis, das war eine sehr gute Interview, vielen Dank. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, dass ihr euch viel gelernt habt. Er macht einen Schritt nach dem anderen und wird größer und größer und er macht das eigentlich nicht nur für sich, sondern er macht Bodybuilding größer. Er macht neue Shows, er macht neue Kleidung, er macht einen riesen Gym, er macht ganz, ganz viele Sachen außerhalb des Gyms. Leute, schaut unbedingt mal bei Anis Binus vorbei, ich mache unten in die Beschreibung den Link zum Instagram. Schaut mal rein und supportet unbedingt die neuen Geschichten, die ihr hier aufzieht mit der Binus Classic, mit den ganz neuen Competitions, die ihr macht, mit der Expo und und und. Es wird ein Hammerding, es wird wirklich super, super, super groß. Das war es von mir, ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war für mich ein ganz, ganz, ganz besonderes Treffen, ganz besonderes Gespräch. Das, was er hier geschaffen hat, ist das, wovon jeder träumt. Glaubt mir, der Kerl macht so viel Kohle, der wird nie wieder Sorgen haben müssen, seine Kinder, die Kindeskinder nicht und die Kinder von seinen Kindeskindern auch nicht. Und das macht er alles mit Herz. Also, ich nehme ein ganz, ganz großes Beispiel an dem Mann. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst gerne einen Kommentar da, ein bisschen Liebe. Nicht vergessen, bei Smilodogs immer vorbeischauen, den Shop-Up checken. Genau dasselbe gilt für Peak und für Climax. Wir sehen uns. Adieu.